Eckart! Jan! Na, so fleißig am Feiertag? Das Leben eines selbstständigen Influencers genieße ich quasi. Wir könnten jetzt eine halbe Stunde rumjammern, es wäre auch sehr berechtigt, weil das glaubt ja immer kein Mensch, dass wir auch ein hartes Leben haben. Warte mal ganz kurz, Eckart, ich muss mal kurz mein Holi trinken. Oh, ja, ach, das wollte ich mir auch noch anmischen. Und das war jetzt eine kleine ASMR-Erfahrung für mich hier am Telefon. Also wir haben als Influencer, sind wir von der Firma Holi angesprochen worden, ob wir nicht Werbung für sie machen wollten. Die machen so Pulverzeugs und das kannst du dir mit so einem Shaker dann als Drink machen, entweder Energy, Eistee oder was ist denn dieses Hydrate? Und da sind so Elektrolyte drin, so isotonisches Getränk, also halt einfach quasi was zu trinken mit Geschmack. So ein Sportgetränk quasi, ja. Yes! Und das ist immer ganz witzig, wir haben uns das jetzt kommen lassen, um das mal auszuprobieren, um herauszufinden, wollen wir für dieses Getränk Werbung machen, sind aber im Moment dabei, Werbung dafür zu machen, ohne bezahlt zu werden im Übrigen. Aber wir schauen mal, ob wir mit dir zusammenkommen, weil das Zeug ist ganz witzig. Ja, finde ich auch. Ja, wir fangen jetzt an. Heute ist es ein bisschen holprig. Ich bin ein bisschen holprig, weil ich bis eben gerade noch Kisten geschleppt habe. Da mag der eine oder andere denken, Kisten schleppen, Jan, was ist los? Nee, ich habe ein Kofferraumformat gedreht mit dem Kia EV9. Der hat ja so ein bisschen Platz. Oh, ja. Und dann durfte ich da Wasserkisten reinwuchten. Und das Geile ist halt, der hat ja drei Sitzreihen. Also machst du alle Sitzreihen Platz, wuchtest einmal rein, machst die dritte Sitzreihe Platz, wuchtest das zweite Mal rein und dann mit stehender dritten Sitzreihe das Ganze nochmal. Das wird also ein ziemlich langer Kofferraumcheck. Und ich habe ganz schön viel das hin und her gewuchtet. Darum bin ich noch ein bisschen durcheinander, vordelig. Ich habe mich schon gewundert, warum Jan und ich haben, wie man das so macht heutzutage als Digital Natives, natürlich die Fitness-Tracker unserer Apple Watches miteinander connected. Und ich habe mich schon gewundert, warum da schon vor dem Mittag oder gegen Mittag ich eine Benachrichtigung bekommen habe, Jan hat alle seine Trainingsringe geschlossen. Das war dann wohl das Rein-und-Raus-Wuchten der Kisten in den Kofferraum bis eben, nein. Standard. Und ich war mit dem Hund draußen halt lange. Gut. Aber Kinder, das ist ja Ausfahrt TV, der Automobil-Podcast. Darum reden wir jetzt erst mal über Musik halt. Das ist ganz wichtig. Denn Eckart und ich füllen schon seit angedacht, also seit wir das machen hier mit dem Podcast, die Ausfahrt TV-Playlist, die findet ihr bei Spotify, ist auch schon sehr potent, kann man sagen. Also sehr gewaltig auf jeden Fall. Denn irgendwann wollen wir mal Coast-to-Coast fahren. Und wenn wir das machen, wollen wir diese Playlist hören und nicht ein Lied doppelt hören. Wir haben ausgerechnet, wir brauchen ungefähr 50 Stunden Musik, Minimum, eher ein bisschen mehr, weil wenn man dann tatsächlich auf der Straße ist, fährt man ja nicht gradlinig, sondern mal hier und mal da mal ab. Ich würde mal eher so auf 70 Stunden tippen. Und ich bin in Amerika. Ich fliege Mittwoch nach Amerika, mache da einen kleinen Roadtrip, werde vermutlich auch Roadtrip-Videos machen, die dann bei Ausfahrt TV Plus kommen. Sehr gut, da freue ich mich drauf und bin auch ein wenig neidisch. Ja, ich freue mich auch. Ist halt nicht Kalifornien. Ich fliege Chicago rein und fahre nach Kentucky runter. Und da gibt es auch kein In and Out Burger. Aber ich sage mal so, Roadtrip-Videos in Kalifornien machen, das kann ja jeder. Ja, schon. Aber ich bin halt auch alleine. Eigentlich wollte ich mir noch so ein DJI Pocket 3 da holen. Habe ich aber nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das alles mache, aber kriege ich schon hin. Nächstes und trotz, lange Rede, kurzer Sinn, wir füllen die Playlist weiter, oder? Ja, möchtest du anfangen? Ja, Tom Cochrane. Wrecked Ass Road Den haben wir jetzt schon zum zweiten Mal auf der Playlist, den Tom Cochrane Achso, ja, weil ich hab auch nur diese eine CD von ihm aber der macht halt gute Lieder Ich dachte, du wolltest mir jetzt sagen, du hast das auch schon drauf Nein, 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 nein Weil ich heute schon einen neu besetzen musste weil Eckart mich drauf angewiesen hat, dass der doppelt war Dann mach ich direkt weiter mit meinem ersten Song, der kommt von Pink Floyd und zwar On The Turning Away Ich find Pink Floyd zum Autofahren geht immer, egal welches Album egal welches Lied Ich finde, die haben auch ein paar Lieder, wo ich sage ein bisschen anstrengend Echt? Ne, find ich gar nicht Ja, aber gut, so sind die Geschmäcker Dido nehme ich als zweites Thank You Ah, okay Dann füge ich, hatten wir glaube ich noch nicht auf der Playlist und deshalb wird's Zeit, dass die endlich mal drauf kommen Die Dire Straits mit Hand in Hand Ja, aber dafür, dass wir die beide wirklich gerne hören Dann ist noch relativ wenig von den Dire Straits drauf Ja Und ich steuere noch hinzu Greta von Fleet Highway Tune Das ist schön rockig und das passt auch zu meinem dritten Song nämlich von Halloween Der Song A Tale That Wasn't Right Ja, sehr gut Du bist ja richtig richtig gar nicht so auf Schmuserock diesmal, ne? Oh, dann hast du aber die ersten beiden Songs wahrscheinlich gerade nicht entsprechend im Kopf Achso, die Interpreten Ja Ey, ich hab zum Einstieg einen Aufreger Ja Ich hab mich gestern sportlich betätigt war anderthalb Stunden Fahrradfahren und direkt am Anfang meiner anderthalbstundigen Fahrradfahrt wäre ich wäre es beinahe zu einem Unfall gekommen zwischen einem Pkw und mir der, für den ich nichts konnte ich hätte keinerlei Schuld gehabt hätte aber natürlich definitiv den Kürzeren gezogen auf dem Fahrrad gegen Pkw und zwar bin ich gefahren und die Pkw der Fahrradweg wird rechts von der Straße geführt und dann überquert der Fahrradweg eine Kreuzung wo eine einfache grüne Ampel ist wo man auch rechts abbiegen kann das bedeutet die Pkws biegen rechts ab und kreuzen in dem Moment den Fahrrad- und Fußweg ganz klassische gefährliche Situation wo es gerne zu Unfällen kommt wenn ein Autofahrer oder eine Autofahrerin da nicht entsprechend nach hinten guckt und einen Schulterblick macht übersieht sie den Fahrradfahrer und genau das ist mir passiert dazu war der Fahrradweg regennass und glücklicherweise habe ich im Augenwinkel als ich das Auto quasi schon überholt hatte gesehen dass die überhaupt nicht guckt gar nicht zur Seite nicht in den Spiegel nirgendwo hin und habe schon angefangen zu bremsen quasi bevor die Situation eingetreten ist und bin dann mit blockierendem Hinterrad und gerade so nicht blockierendem Vorderrad noch so habe so viel Geschwindigkeit abgebaut dass die vor mir abgebogen ist habe gebrüllt in dem Moment weil die das Beifahrerfenster offen hatte damit sie vielleicht irgendwie noch zum Stehen kommt Reaktion 0,0 von der Autofahrerin und das war wirklich um Haaresbreite wäre ich da hätte ich eine halbe Sekunde langsamer reagiert oder gebremst oder hätte die Finger nicht schon an der Bremse gehabt weil ich schon befürchtet habe oh oh shit die guckt nicht wäre ich volle Kanne in das Auto reingeknallt mich hat dann ein anderer Fahrradfahrer eingeholt ich bin dann etwas langsamer gefahren weil ich mich kurz erholen musste von diesem Schock der mich gleich angequatscht hat ey hast du das Kennzeichen dir gemerkt habe ich natürlich gesagt nee Alter ich war froh dass ich noch zum Stehen gekommen bin oder ich bin nicht zum Stehen gekommen sondern so viel Geschwindigkeit rausbekommen habe dass ich da nicht reinballere und in dem Moment habe ich so gedacht Alter es ist so gefährlich wenn du abbiegst und keinen Schulterblick machst und deshalb möchte ich diese Plattform dieses Podcasts nutzen ich weiß ihr da draußen ihr die uns hört ihr gehört ja sowieso zu einem erlauchten Kreis der Autofahrer der Automobilisten ich weiß ihr macht einen Schulterblick aber denkt daran weist vielleicht eure Freunde auch drauf hin es ist so wichtig für solche Momente und ich kann mir da auch nur an die eigene Nase fassen ich gerade wenn du irgendwie abgelenkt bist oder im Stress bist es ist so wichtig nochmal nach hinten zu gucken beim Abbiegen dass genau so eine Situation vermieden wird wirklich also ich kann da ja auf meine Uhr gucken wenn ich Fahrrad fahre wie der Puls hoch geht da ist mein Puls direkt mal um 20 Schläge hochgesprungen weil das wirklich so eine knappe Situation war und ich wäre da voll reingerauscht zum Glück ist nichts passiert Glück gehabt deshalb der Appell achtet auf Fahrradfahrer wie schnell warst du denn? so 40 45 okay dann hat die dich wahrscheinlich klassisch also ich würde gar nicht sagen also ich sage mal so ich habe auch das öfter oder mache keinen Schulterblick also so eine Abbiegesituation eigentlich schon aber jetzt auf der Autobahn zum Beispiel weil ich permanent in den Rückspiegel gucke also wenn ich Auto fahre und wir sind ja jetzt jüngst den BMW gefahren oder der BMW 5 reagiert ja quasi du guckst in den Spiegel und dann oder guckst rüber und dann biegt der oder wechselt der die Spur für dich wäre der Horror für mich weil ich permanent in den Spiegel gucke eigentlich also ich kann das überhaupt nicht haben wenn ich nicht weiß was hinter mir passiert also und den Rest der Zeit gucke ich halt nach vorne und wenn die das ähnlich gemacht hat dass sie vielleicht erst in den Spiegel geguckt hatte und dann bist du da mit 40 angekommen dass sie dich klassisch einfach unterschätzt hat also die Geschwindigkeit von dir das kennen wir ja als Zweiradfahrer egal ob nun Fahrrad oder Motorrad dass das halt immer kritisch ist ne ja das mag sein aber also ich weiß was du meinst ich verstehe das kann ich von meiner Fahrweise exakt so bestätigen gerade auf Schnellstraßen permanente Beobachtung des Verkehrs und deshalb kann es auch mal sein dass ich irgendwie mal einen Schulterblick weglasse auf der Autobahn weil ich permanent sehe was hinter mir passiert aber wenn ich in der Stadt bin und das ist ja nun so eine Kreuzung wo ich einen Fahrradweg und einen Fußweg kreuze beim Abbiegen dann hätte sie geguckt wäre es nicht passiert sie hat einfach nicht geguckt ja aber das ist doch gut dass du Motorrad fährst weil du bist doch gewohnt für die anderen Verkehrsfälle nicht mal mitzudenken oder? genau genau und nur deshalb ist es nicht zum Unfall gekommen weil ich da habe das gesehen und habe gedacht na na guck die sieht die mich ich glaube nicht und habe schon angefangen zu bremsen und sie hat mich tatsächlich nicht gesehen oder hat einfach nicht geguckt ich finde das Thema Fahrradfahren sehr schwierig schon alleine weil ich nicht mehr viel Fahrrad fahre und da bin ich sofort in der Gegenposition halt egal was du sagst ich bin erstmal ja du bist ja auch noch so ein Chaot der denkt irgendwie nur weil er ein Fahrrad jetzt hat gehört ihm die Straße also ich finde dieses Spannungsverhältnis Fahrradfahrer Autofahrer ist ja schon recht hoch ja finde ich auch und ich sehe das genau wie du ich hasse es wenn Leute auf dem Fahrrad über rote Ampeln fahren sich irgendwo vorbeidrücken und genau deshalb nervt es zum Beispiel meinen Nachbarn mit dem ich gelegentlich mal mit dem Gravelbike unterwegs bin dass ich als Fahrradfahrer weil mich als Autofahrer das so aufregt ich halte wirklich an jeder roten Ampel an und ich halte mich an jede Verkehrsregel auf dem Fahrrad weil ich das selber so zum Kotzen finde wenn andere Fahrradfahrer halt so kacke im Straßenverkehr fahren weil wenn ich als Autofahrer nichts falsch mache und so ein Fahrradfahrer vom Fahrrad hole weil er mir in die Karre fährt obwohl ich geguckt habe weil der vielleicht von einer anderen Seite oder entgegen der Einbahnstraße da entlang geballert kommt kriege ich ja die Schuld dafür oder einen Teil der Schuld und das hasse ich und deshalb bin ich echt der vorbildlichste Fahrradfahrer außerdem habe ich einfach Schiss dass mich einer umfährt und andere Leute die mit mir zusammen Fahrrad fahren sind inzwischen genervt davon dass wenn ich in diesem in Anführungszeichen sportlichen Kontext auf so einem Gravelbike trotzdem überall anhalte und gucke oder halt die richtige Abbiegespur benutze und nicht einfach quer über die Straße fahre weil ich das auch überhaupt nicht leiden kann sehe ich wie du ich hasse solche Leute die das Gefühl haben auf dem Fahrrad über der Straßenverkehrsordnung zu stehen Ich finde es generell wichtig dass man sich halt immer wieder bewusst macht dass es zwei Seiten der Medaille gibt Eckart und ich sind ja beide Motorradfahrer und wir sind neulich die HWK also die Hamburg Berlin Klassik eine Ultramarallye mitgefahren fahren irgendwie ich glaube Grunewald oder so so eine 30er Straße da aus Berlin raus und ich habe die Kurve ich konnte es eigentlich alles einsehen es war jetzt überhaupt nicht dramatisch Kurve ein bisschen geschnitten oder war zu sehr auf der linken Seite der Fahrbahn und dann kam uns ein Motorradfahrer entgegen es war also es war nicht mal ansatzweise was von gefährlich es war einfach nur ich war zu weit links ich habe sofort korrigiert und kaum hat er mich gesehen er riss er sofort den Arm hoch so von wegen hey du Spacken verpiss dich von meiner Seite warum ich weiß was er gesagt hat unter seinem Helm weil ich als Motorradfahrer genau das gleiche gemacht habe so war ich aber der Autofahrer und sagte zu Eckart ey was will er denn jetzt hier was für ein Vollidiot regt sich auf wegen gar nichts aber dadurch dass wir halt auch beide wieder Motorradfahrer sind hat Eckart gesagt naja verstehe ich schon du bist schon ziemlich weit links gewesen naja es passiert ja nichts aber das ist halt genau dieser Perspektivenwechsel je nachdem auf welcher Seite du gerade stehst siehst du das natürlich dann doch wieder anders und von daher auch ich finde wir müssen uns daran gewöhnen dass wir auch immer mal wieder die anderen Positionen einsehen ich habe einen guten Freund der in Berlin wohnt der mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt der regt sich auch permanent über die Autofahrer auf permanent verstehe ich auch stehen auf Radwegen halten mal kurz hier machen dicht gucken nicht also er fühlt sich generell als Opfer fährt aber halt auch Auto und da denke ich da muss doch schon so ein bisschen es muss doch alles zusammenpassen und auch diese Agro-Radfahrer also ich meine du erkennst ja jetzt muss ich vorsichtig sein aber ich finde schon du erkennst 24-7-356-Tage-Radfahrer also es gibt ja Leute die haben kein Auto mehr sondern machen alles mit dem Rad Kudos also wirklich meinen vollen Respekt an die was die nicht alles reißen und machen aber ich finde du erkennst die schon und die fahren dann aber auch einen anderen Reifen halt weil sie ja auch professionelle Radfahrer sind bloß halt was du schon gesagt hast professionelle Radfahrer müssen sich genauso an die Straßenverkehrsordnung halten und dann davon abzuweichen und sich dann noch aufzuregen dass der stärkere Verkehrsteilnehmer in dem Fall der Autofahrer irgendwas falsch macht ist natürlich auch echt schwierig ne ja und was man halt auch mal du hast das gerade schon angerissen sagen muss was viele Leute habe ich das Gefühl oft vergessen und das kenne ich aus dem Freundeskreis natürlich hast du vielleicht in der einen oder anderen Situation Vorfahrt als Fahrradfahrer und natürlich muss das Auto anhalten aber manchmal passiert es halt man sieht es an meinem Beispiel ja gut der Autofahrer oder die Autofahrer ist abgelenkt oder rafft es nicht oder ist vielleicht auch einfach scheiße im Autofahren und dann ziehst du einfach den Kürzeren es bringt also auch nichts da drauf zu bestehen so ne mal ganz abgesehen davon dass man trotzdem in meiner Situation einfach schlicht sagen muss ich weiß nicht was die gemacht hat die hatte auch das Beifahrerfenster offen also die Seite in die ich reingeballert wäre und ich habe wirklich aus vollem Hals die angebrüllt dass sie ey gebrüllt damit sie mich irgendwie noch wahrnimmt und die hat nicht mal zur Seite geguckt ja ja aber du also wer weiß was da los war die wahrscheinlich hat sie eine SMS geschrieben oder eine WhatsApp oder so ich habe das jetzt auch gehabt auf der Autobahn jemand vor mir fährt zieht raus obwohl ich von hinten in einer relativ hohen Geschwindigkeit komme war jetzt überhaupt nichts Enges oder so und dann halte ich Abstand die überholtes Fahrzeug das sie da überholen will fährt dann aber nicht rechts rüber und dann fange ich halt an zu hupen das ist so mein neuer Spleen hupe halt so von wegen hier ich bin hinter dir jetzt fahr mal und sie reagiert nicht aber fährt dann irgendwann wohl doch mal rüber und dann gucke ich da ist die am Handy ja 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 und naja gut nein aber was mir halt wichtig war an der Sache wenn ihr Fahrrad fahrt denkt auch bitte immer daran ihr zieht im Zweifel den Kürzeren es bringt also nicht immer was auf seinem Recht zu bestehen gilt aber auch sehr gut für Motorradfahrer nur dass du da manchmal noch ein bisschen schneller wegkommst gut du hast ein Thema mitgebracht Eckert ja jein ich habe so ein bisschen im Vorlauf der Folge so ein bisschen bin ich durchs Internet geschnarcht und bin auf eine Überschrift gestoßen nämlich dass Hyundai Autos bei Amazon verkaufen möchte das tun sie schon in den USA zum Beispiel und das soll jetzt auch in Deutschland passieren Hyundai hat sich da eigentlich eine Weile gegen gesperrt und vom Vorstand hieß es im letzten Jahr 2023 noch ja das ist so ein Projekt was wir in Amerika machen das wird aber in Deutschland nicht kommen das sehen wir nicht auf dem deutschen Markt und auch bei den deutschen Kunden und jetzt kam da ein Kurswechsel und jetzt kann man wenn man bei Amazon in Deutschland unterwegs ist und mal nach Hyundai sucht Hyundai ist nicht direkt bei Amazon kaufen aber Hyundai hat bei Amazon jetzt so einen eigenen Marktplatz und man kann sich Informationen holen und kann dann auch direkt wenn einen so ein Ioniq 5 zum Beispiel interessiert sagen jo den möchte ich kaufen und dann wird aber in Deutschland zumindest auf jeden Fall noch ein Händler involviert und ich finde es interessant dass die das machen denn das wäre für mich ganz persönlich gesprochen überhaupt nichts also hätte ich gar keinen Bock ich hätte schon keinen Bock online ein Auto zu kaufen irgendwie es sei denn es geht einfach nicht anders wie zum Beispiel bei Tesla und ich habe auch im Moment keinen Bock einen Tesla zu kaufen aber es hat verschiedenste Gründe aber ich weiß nicht ob das typisch deutsch ist ich weiß nicht wie es dir da geht ich glaube dir geht es ja ganz ähnlich wie mir aber so ein teures Teil so viel Geld irgendwie übers Internet mit einem Mausklick auszugeben hätte ich keinen Bock drauf und dann auch noch bei Amazon was sich für mich ganz falsch anfühlt irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen wird der denn dann auch geliefert oder das ist eine sehr gute Frage aber in den Pressebildern auf der Hyundai Presse Website hatten sie so Symbolbilder mit so ganz großen Holz Amazon Boxen ich kann mir nicht vorstellen dass das Auto in Deutschland dann so geliefert wird dadurch dass ja der Händler involviert ist aber das wäre eine witzige Sache ich finde das hört sich schon wieder nach so einem verzweifelten Versuch an der Automobilindustrie weg vom Händlergeschäft zu kommen das haben wir in den letzten Jahren von mehreren Herstellern gehört wenn wir beim Hyundai Konzern bleiben von Genesis die mittlerweile aber auch arg zurückgerudert sind wir erinnern uns an Polestar die ja auch komplett über das Internet verkaufen wollten was ja auch nicht funktioniert und ganz komischerweise suchen selbst die ganzen oder die meisten sagen wir es mal so Chinesen mittlerweile ein Händlernetz oder Händler als Partner um ihre Ware zu verkaufen ich kann mir durchaus vorstellen dass das in 10 Jahren dass ich sowas in 10 Jahren machen würde warum in 10 Jahren? wenn wir nur noch über Elektroautos sprechen weil ich mir vorstellen kann dass die Entwicklung bei den also das ist jetzt so ein bisschen Kaffeesatzlesen natürlich ja ja natürlich dass die Entwicklung bei den Elektroautos so aussehen wird dass die irgendwann eine extreme Vergleichbarkeit haben und dass es dir egal ist ob du ein VW ID.3 oder ein Kia Niro kaufst weil das eh alles das gleiche ist irgendwie und dann brauche ich keine Beratung mehr und dann ja ich brauche mal einen schnellen Auto mache ich das halt sie sind ja auch dabei die Preise also das ist ja dieses Agenturmodell wobei das auch nicht mehr gar nicht so klar ist ob sie es durchsetzen können Agenturmodell heißt der Hersteller gibt die Preise vor der Händler hat überhaupt keinen Spielraum mehr das ist ja auch so ein bisschen das was Dacia macht einen Preis und es gibt auch nichts zu verhandeln ist aber bei VW zum Beispiel beim ID.7 etwa da ist es auch schon so genau aber sie sind ja wieder am Zurückrudern weil sie merken dass das alles scheiße ist genauso wie mit diesem Internetverkauf und ich glaube solange das noch klar ist dass ich also ein Auto zu kaufen ja sehe ich halt nicht ich sehe nicht dass ich irgendwie 40.000, 50.000 Euro ausgebe und das mache ich per Mausklick ich kann mir das vom Umstand schon vorstellen aber da bin ich so ein bisschen spießig und denke naja wenn ich schon 50.000 Euro ausgebe dann möchte ich auch einen großen Bahnhof haben hier auf dem Schleife Vorhang wird gezogen kriegst eine Flasche Sekt hier Mutti und Vati kommen dann mit dazu und klatschen halt das soll ja auch so ein bisschen zelebriert werden und ich finde das auch von der Sache her schön wenn ich jetzt weiß ich fahre mein Auto die nächsten 10 Jahre und begrüße das quasi in der Familie das ist ja so wir sind so Deutsche das ist ja Papis besser Freund quasi wenn ich aber mir das so vorstelle dass wir in 10 Jahren wirklich nur noch Elektroautos leasen das ist wirklich quasi du kaufst nur noch die Mobilitätsdienstleistung ich kaufe also ein ein Monat Kia Niro fahren oder 5 oder 10 da brauche ich nicht für einen Laden gehen da kann ich mir durchaus vorstellen ich sage jetzt hier ich muss 10 Monate Kia EV9 fahren ja kaufe ich bei Amazon meinetwegen auch und dann wird mir gesagt hier steht dein Auto irgendwo holst dir ab oder hier ist der Schlüssel der wird dir direkt aufs Handy geschickt wie das ja heute auch schon geht und warum soll ich da noch zum Händler gehen ja so könnte ich mir das auch vorstellen wenn es jetzt nicht mehr um so Riesenbeträge geht also wenn es darum geht ich meine klar Kia EV9 kriegst du auch nicht für 250 Euro im Monat aber du weißt was ich meine wenn das so in die Richtung geht dass das so ein bisschen wie wie Netflix und Co ist ja ja klar ein bisschen teurer aber ob ich mir nur ein Auto für 50.000 Euro kaufe oder klicke dass ich 500 Euro im Monat für so eine Art Autoabo ausgehe das finde ich ist schon ein großer Unterschied und das könnte ich mir dann vorstellen aber grundsätzlich klar kann man damit so ein bisschen rum experimentieren aber es hat schon einen Grund dass alle lustig zurückgerudert sind ich sag ja in 10 Jahren in 5 bis 10 Jahren ich glaube das kommt aber in Deutschland auch daher dieses zum Händler gehen und so geht mir das persönlich auch total dass wir es in Deutschland ja auch sehr stark gewöhnt sind unsere Autos zumindest bei den europäischen Herstellern so stark individualisieren zu können und in der Regel geht das noch besser wenn du zu einem Händler gehst wo jemand sitzt der dir dann auch im Zweifel sagt naja dieses Paket geht jetzt mit dieser konkreten Ausstattung im Detail nicht zusammen das müssen wir so und so machen aber auch da sehen wir ja gerade ganz stark eine Veränderung auch bei VW zum Beispiel um dann nochmal das Thema ID7 aufzugreifen es gibt eigentlich nur drei große Ausstattungspakete und wenn du irgendwie vier interessante Sachen an dem Auto haben willst hat VW das so intelligent gemacht dass du alle drei Ausstattungspakete nehmen musst weil das schön aufgeteilt ist irgendwie Licht und Komfort und ein bisschen Technik ja und das ist sicherlich auch noch so ein Ding das wird wahrscheinlich auch eine Rolle reinspielen wenn du sagst so vielleicht in zehn Jahren wenn nicht nur die Technik so ein bisschen egalisiert ist sondern auch diese krasse Individualität verschwunden ist in den Fahrzeugen ich glaube das kommt früher da bin ich mir ziemlich sicher weil die ja im Moment alle Kosten einsparen wollen und müssen und da sind sie ja schon zu übergegangen ich habe gerade auf LinkedIn einen Beitrag von eines Kollegen gelesen der sagt der hat früher immer super gerne Autos konfiguriert das macht ihm heute keinen Spaß mehr weil das immer nur noch so Pseudo-Konfigurationen sind gerade was die Asiaten angeht weißt du selber wenn du die Ausstattungslinie gewählt hast hast du vielleicht noch zwei Optionen die du dazu klicken kannst da kannst du das auch gleich voll machen und wenn du jetzt die Chinesen siehst er hatte das an Beispiel Great Wall Motors Ora also hier der Funky Cat beziehungsweise Ora 03 da kannst du nichts mehr konfigurieren da sagst du Ausstattungslinie und Farbe fertig Ende und das wird uns auch bald ereilen weil diese Individualisierung in Amerika gibt es das ja gar nicht also gibt es das schon aber da kaufst du eh das fertige Auto und wir Deutschen können es uns eh nicht mehr leisten was zu individualisieren also kann ich mir vorstellen dass es bald wirklich nur noch so Paketfahrzeuge gibt ja ja das denke ich auch ganz sicher ja absolut das wird auch schneller gehen als das als zehn Jahre voll gut aber selbst ich ja ja doch doch ja doch doch wenn das nur noch so ein ja so eine Mobilitätslösung ist das stimmt dann könnte ich mir das auch vorstellen ich meine könntest du dir vorstellen ein Fahrrad im Internet zu kaufen ja bis wie viel 2.000 ja denke ich auch 2.000 bis 2.500 Euro hoppla das war mein Rechner der hier gepiept hat ähm ja also ich kann mir sogar vorstellen noch mehr Geld im Internet auszugeben ähm meine FX3 also hier die Sony die Kamera mit der wir drehen äh die kostet weiß ich gar nicht hat aber deutlich mehr gekostet habe ich tatsächlich im Fachgeschäft gekauft weil ich den unterstützen möchte weil es mir wichtig ist dass dieser Fachhändler in Bielefeld bleibt äh hätte aber auch überhaupt keine Probleme gehabt äh das äh bei Amazon zu bestellen oder so da sind wir aber wieder an diesem Punkt ne bei so einer FX3 das ist so ein ganz spezifisches Produkt wo du wenn du das kaufst genau weißt was du bekommst ja ja so ne und auch das das wird den Kauf im Internet leichter machen wenn das Auto eh nicht mehr so stark unterschiedlich und individualisierbar ist ich weiß vorher eh was ich bekomme weißt du aber heute auch überleg doch mal vor 20 Jahren wolltest du dir ein Auto kaufen da hast du dann die AMS gelesen und die Autobild wenn du richtig Interesse hattest und dann musstest du zum Händler und dann nochmal rumgurken heute wenn du wirklich Interesse am Auto hast hast du 5 Trillionen YouTube Kanäle wo Leute ganz unterschiedliche Formate machen und dann musst du dir nur ich meine gibt ja genug Leute habe ich auch gehört ne ich habe jetzt 20 Videos zu dem sowieso geguckt danke dass du mal den Kofferraum vorstellst oder so also die Leute sind ja dann in der Regel top informiert wenn sie zum Händler gehen das habe ich auch früher oft gehört Mensch danke Jan für dein Video ich war besser informiert als der Verkäufer ne und wenn du das dann nochmal exzessiv machst ne der eine legt mehr Wert auf das bei seinem Video der andere mehr Wert auf das du hast ja Kunden die top informiert sind und die brauchen dann ja gar nicht mehr den Händler unbedingt um sich beraten zu lassen ne und gerade die die Generation der Digital Natives ich bin ja einer der Ältesten die damit reingehören aber ich habe halt seit ich denken kann nein das stimmt nicht aber so seit ich Teenager bin hänge ich am Computer halt und dann denk nochmal 20 Jahre weiter und dann hast du alle die Digital sind also von daher denke ich ist das auch nochmal so ein Generationsding aktuell haben noch die Leute Geld die nicht mit dem Computer aufgewachsen sind aber in 20 Jahren hat sich das dann auch egalisiert ne ja das ist auch ein sehr guter Punkt das stimmt gut zweites Thema wollen wir ja harter Cut ne könnte auch schön überleiten wüsste aber gar nicht wie ja pass auf ich weiß wie spätestens wenn die nächste Generation da ist fahren wir wahrscheinlich eh alle elektrisch und inzwischen gibt es die ersten verlässlicheren Pannenstatistiken zum Thema Elektroautos ja sehr gut du zitierst hier den ADAC die Pannenstatistik vom ADAC genau ja und im großen ganzen heißt es eigentlich nur Elektroautos junge das müssen wir ja dazu sagen weil alte Elektroautos gibt es ja noch nicht so viele aber junge Elektroautos zeigen weniger zeigen sich weniger pannenanfällig als PKWs mit Benzin oder Dieselantrieb ja da ist natürlich erstmal zu sagen natürlich ist die Anzahl der Fahrzeuge die es da gibt an jungen Elektroautos beziehungsweise Elektroautos natürlich bei weitem nicht so hoch wie die Anzahl an Verbrenner PKWs egal ob Diesel oder Benzin und dann muss man auch sagen ich habe das auch genau so erwartet hast du was anderes erwartet? naja du hast ja weniger Teile die kaputt gehen können ja eben und was aber ganz witzig ist was ich mich halt frage ich habe in den vergangenen Wochen von unterschiedlichsten Leuten gehört dass sie Elektronikprobleme mit ihren oder nicht mal Elektronik das ist falsch sagen wir mal Softwareprobleme hatten ja und wenn ich jetzt mit meinem Elektroauto liegen bleibe und erkenne ich habe ein Softwareproblem dann brauche ich den ADAC auch nicht rufen naja zum Abschleppen naja je nachdem wenn das Auto bei mir zu Hause steht weiß ich ich stelle das Auto da jetzt wieder hin warte nochmal 12 Stunden und dann wird sich das in der Regel erledigt haben ja aber das ist ja genau das oder klemme irgendwie die 12 Volt Batterie ab einmal um das Auto zu resetten und ich frage mich gerade weil die die jetzige Generation oder die die Leute die jetzt schon elektrisch fahren sind ja würde ich mal sagen 60% sind Early Adapter 20% sind dann nochmal bewusste Elektrofahrer und die anderen 20 sind Leute wie du und ich können wir nicht sagen weil wir ja auch speziell sind aber sind normale Menschen die sich jetzt überlegt haben ich probiere das mal mit Elektro aus und die ersten 80% wissen sich ja gerade bei Softwarekrams und so mittlerweile selbst zu helfen ja das stimmt und wissen wir auch beide was machen wir wenn wir mit dem Elektroauto ein Problem haben was wir nicht zuordnen können wir googeln genau oder aussteigen ausmachen zuschließen paar Minuten warten einsteigen genau das ist Teil 1 und Teil 2 ist dann wir googeln weil wir denken wenn das Elektroauto öfter solche Probleme hat findest du eine Lösung im Internet wenn jetzt Qualm aus deinem Motor kommt würdest du ja nie auf die Idee kommen ach ich google das mal Qualm aus dem Motor weil dir klar ist ich kann das eh nicht reparieren das scheint ein Problem zu sein was viel gravierender ist das stimmt ja sehr gutes Argument stimmt ja und von daher könnte ich mir vorstellen also Statistiken sind immer geil wenn du eine hohe Detailtiefe hast und bewerten kannst wie das ermittelt worden ist und ich glaube tatsächlich dass diese 80% der E-Autofahrer die im Thema sind weniger den ADAC einfach rufen würden als wenn sie mit dem Verbrenner unterwegs sind weil sie die Probleme die sie dann haben anders lösen das heißt aber nicht dass das Elektroauto kein Problem hat wenn wir jetzt nur messen würden diese 20% die ich da meinte die normalen Autofahrer da wäre es dann wirklich interessant die sagen hier ich kann nicht laden ich rufe mal den ADAC an also dann passt es schon wieder die nicht sagen oh ich google das jetzt mal oder so oder ich hab Fred Freuerstein im bekannten Kreis der regelt das für mich also von daher aber vielleicht mal auf die Werte hier was sie sagen auf 1000 zugelassenen Fahrzeuge haben E-Fahrzeuge 1,9 Pannen weniger als Verbrenner das bezieht sich auf Fahrzeuge mit Erstzulassung 2022 und bei 2021 also noch jüngere Elektrofahrzeuge ist der Zustand oder ist der Abstand sogar 3,6 Pannen 2020 war das erste Jahr 2020 nicht 2022 genau richtig genau es wird also quasi besser aber ich will das gar nicht alles relativieren Fakt ist natürlich am Elektroauto kann erstmal in Anführungszeichen weniger kaputt gehen was den ganzen Antriebsstrang angeht da kann weniger passieren denke ich mal und das was passieren kann sage ich trotzdem ist meist anders zu lösen dafür brauchst nicht in die Werkstatt und schon gar nicht eine ADAC anrufen weißt du eigentlich wie das ist wenn ich mit einem Verbrenner mit leerem Tank liegen bleibe das kommt ja ab und zu mal vor ich weiß gar nicht ob das beim ADAC in die Pannenstatistik als Panne mit einfließt aber dann gibt es die Möglichkeit ich habe als Student mal in einem ADAC Callcenter gearbeitet und die Anrufe entgegengenommen von den auf der Straße gestrandeten Leuten und dann quasi die Hilfe koordiniert losgeschickt und da war es dann so da konntest du dann sagen hey hier kacke ich habe irgendwie vergessen zu tanken ich brauche Sprit und dann wusste der gelbe Engel das hat irgendwie zehn Liter Sprit geholt und da musstest du dann nur den Tankstellenpreis bezahlen weißt du wie das ist wenn ich mit einem Elektroauto liegen bleibe ob es inzwischen gelbe Engel gibt die ausgestattet sind mit so einer Art fetten Powerbank oder sowas wo so weiß ich nicht mit zehn Kilowattstunden rumfahren können die sie im Notfall so einem Elektroauto spenden können überleg das doch mal anders also ich glaube nein das wird es nicht geben weil schon alleine wenn du dir überlegst du möchtest hier gibt es ja jetzt immer mehr im Angebot hier so einen drei Kilowattstunden Akku kaufen also so eine riesen Powerbank dann kostet die sechs siebentausend Euro und ich glaube nicht dass das aktuell ein guter Anwendungsfall ist weil du müsstest dann ja auch noch die müsste ja nicht nur in der Lage sein Strom abzugeben sondern richtig kW zu machen halt also dann willst ja hier nicht mit der Steckdosen Geschwindigkeit 2,3 kW das Auto laden dann steht da ja eine Stunde bevor er fünf Kilometer fahren kann sondern wenn dann würdest du das ja richtig reindrücken wollen und ich glaube solange das nicht funktioniert werden die sowas auch nicht anschaffen und davon mal abgesehen ist es dann glaube ich wirklich einfacher Auto aufladen an der Ladesäule abstellen in der Geländer ja ja wahrscheinlich aber ich fand die Vorstellung irgendwie geil nur mal zum Tankwagen quasi genau aber Tankwagen ist ein gutes Stichwort das hat mich schon immer oder das hat mich fasziniert seit dem Moment als ich das das erste Mal gesehen habe weil wir gerade dabei sind mobile Ladelösung bei uns um die Ecke in Leipzig ist ja Porsche und Porsche hat einen eigenen Schnellladepark vom Porsche Zentrum oder nicht vom Porsche Zentrum vom Porsche Werk der ist auch öffentlich und wenn Porsche irgendwie auf Promotion Tour ist mit dem Taycan oder sicherlich auch vielleicht auf der einen oder anderen Fahrveranstaltung dann haben die zwei Lade LKWs und ich habe dort mal geladen an diesem Ladepark und da stand einer von diesen Lade LKWs rum und das fand ich richtig krass denn dieser LKW das ist halt so ein so ein großer 40 Tonner und da kommen aus der Seite aus dem Sattel auf Liga auf jeder Seite vier oder fünf CCS Kabel raus und der hat Akkupakete hinten drauf und der hat was stand da ich glaube der hat ein Gigawatt Kapazität dabei und das finde ich so krass das sowas könnte ich mir dann tatsächlich eher vorstellen aber also dass du quasi sowas hast wie ein Sprinter also von der Größe her der dann entsprechend Akkus hat und dir mal eben fünf KW geben kann oder zehn damit du bis zur nächsten Ladesäule kommst aber keine Ahnung auf anderen Seite ja weiß man nicht ich meine es wird eh alles total spannend wenn du dir mal die Zuladung anguckst von Abschleppwagen die ist gar nicht so wahnsinnig hoch also ich hatte mal eine Phase ich wollte unbedingt einen Abschleppwagen haben einen eigenen fand ich total geil aber weißt du was kann ich verstehen ja und wenn du wenn du hier gerade diese Sprinter siehst mit polnischem Kennzeichen die ja noch einen Anhänger hinten dran haben und irgendwie fünf Autos haben frag ich mich immer wie sind die denn aufgelastet worden weil normalerweise so ein Sprinter mit Pritsche hinten darfst du irgendwie 1,5 Tonnen mit drauf packen ja und dann steht immer schön so ein X5 drauf ja von daher kannst du bestimmt auch irgendwie auflasten das wird schon irgendwie gehen ich will den gar nicht unterstellen das wäre ein Witz du siehst ja ständig halt wenn die das nicht ordentlich gemacht hätten aber wenn du jetzt hier an meinen Liebling den BYD Yang Wang 8 oder die elektrische G-Klasse denkst die jetzt mit 3,5 Tonnen kommen ja kriegst du nicht auf einen Anhänger also auf einen normalen Autotrailer weil der ist ja in der Regel nur bis 3,5 Tonnen also da kannst du das nicht mit wegziehen und dann musst du wirklich schon hier so einen 20 Tonner haben wo du mit dem ganzen Aufbau noch genug Kapazität hast um so ein Auto wegzuschleppen das stimmt und dann denk mal weiter diese Kranwagen also weißt du die Abschlepper mit dem Kran die dich dann irgendwo rausheben können ja guck mal drauf was die so heben dürfen das ist auch nicht die Welt also da werden wir noch sehr viel Spaß haben wenn das mit dem Akkugewicht nicht in den nächsten 5 Jahren rapide nach unten geht halt es gibt da so ein berühmtes Video irgendwo vor so einem Luxushotel ist so ein Maybach S62 oder wie der hieß abgeparkt also der letzte Maybach bevor Mercedes das komplett gekauft hat und die S-Klasse zum Maybach wurde und der war für damalige Verhältnisse ja sauschwer weil der einfach voll mit Luxus war länger als eine S-Klasse irgendwie 12 Zylinder drin ich weiß gar nicht was der gewogen hat der wird irgendwie so 2,7 oder so gewogen haben in der Richtung denke ich vielleicht sogar ein bisschen weniger und da gibt es so ein berühmtes Video wie so ein gelber ADAC Abschlepper genau wie du es gerade gesagt hast mit so einem Kran das Ding da aus dem Parkverbot wegheben will und der kriegt das nicht angehoben also der kriegt das ein Stück angehoben und dann kippt aber der LKW und dann muss das wieder absetzen und das Ding also ich kann mir nicht vorstellen dass so ein S62 überhaupt 3 Tonnen wiegt glaube ich nicht ja stimmt du hast völlig recht ja aber das bringt uns sehr gut zu unserem nächsten Thema du hast nämlich gerade gesagt wer weiß ob die Akkus nicht vielleicht noch größer werden noch schwerer werden oder ob wir es irgendwie mal hinkriegen dass die Akkus kleiner und leichter werden bei gleicher oder sogar noch größerer Kapazität wir haben uns schon so oft darüber unterhalten bei irgendwelchen Drehs zu Elektroautos was ist die magische Reichweitengrenze die so ein Elektroauto haben muss damit du sagst ja damit kann ich im Prinzip vollumfänglich einen Verbrenner ersetzen und du hast mal zu mir gesagt das sind so ungefähr 500 Kilometer bei dir genau für mich sind es 500 Kilometer weil ich rechne im Idealfall also ich fliege ja meistens oder unser CO2 Footprint leidet darunter dass wir innerdeutsch fliegen ich muss fliegen um meinen Job zu machen weil die Hersteller nun mal in Spanien uns so vorstellen und das brauchen wir auch nicht wegdiskutieren das wird auch in Zukunft so bleiben solange die noch Autos vorstellen aber den Flug von Hannover nach Frankfurt oder von Münster nach Frankfurt den würde ich mir eigentlich ganz gerne schenken und richtig Sinn macht das natürlich erst wenn man dann auch noch möglichst CO2 neutral sich bewegt und ich möchte diese Strecke fahren können ohne zu laden weil wenn ich abends irgendwie einmal laden muss ich eh weil ich ja nur einen Weg pro Ladung schaffe aber wenn ich da zum Flughafen hinfahre dann möchte ich im Idealfall bevor ich wegfliege noch voll laden also auf 80% das ganze laden und damit möchte ich dann wenn ich abends nach Hause komme vernünftig nach Hause kommen ohne nochmal extra laden zu müssen weil wir in der Regel zwischen 8 und 10 dann in Frankfurt landen und dann möchtest du nicht noch irgendwie eine halbe Stunde irgendwo stehen in einem Dunkeln ist halt so und somit sage ich 500 Kilometer weil wir genau wissen sobald es ein bisschen kälter wird wird aus 300 Kilometern auch mal schnell 200 oder 150 Kilometer und bei 500 Kilometer Reichweite unter normalen also hier WLTP Reichweite gehe ich davon aus schaffe ich auch meine 320 Kilometer im Winter ja ja so und jetzt kommt die Frage die ich hier bei dem Thema aufgeschrieben habe das Thema bezieht sich nämlich darauf superschnelles laden oder große Reichweite wäre es für dich eine Alternative wenn das Auto die Strecke nicht mit einem Durchgang schafft mit 80% wäre es für dich eine Alternative kurz anzuhalten und mit kurz meine ich tatsächlich rausfahren Stecker reinstecken zwei oder drei Minuten laden abstecken und weiterfahren nein ist nicht das ist nicht diskutabel ja hört sich erstmal nett an zwei drei Minuten aber das ist ja eine Lösung wir reden ja eh über die Zukunft und wenn ich dann sage ich stehe auch manchmal an der Tankstelle und muss warten bis meine Säule frei ist das gibt es ja auch das ist nicht ganz so lange als wenn du jetzt am Ladepark stehst aber wenn es dann tatsächlich so aussieht ich muss nur zwei drei Minuten laden komme aber irgendwo an und da sind Leute die haben nicht so ein geiles Auto wie ich ein bisschen 10-20 Minuten laden habe ich das gleiche in grün ich möchte wirklich ohne Laden diese Strecke schaffen können okay ich frage deshalb so ketzerisch oder das ist ketzerisch so 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 detailliert weil Polestar ein Prototypfahrzeug im Moment hat nämlich den Polestar 5 und Polestar hat sich zusammengetan mit einem Technologie Startup und zwar das Unternehmen Store.dot die eine neue Ladetechnologie was heißt neue Ladetechnologie aber einfach die an Ladetechnologie arbeiten die mit aktuellen zur Verfügung stehenden Ressourcen also einem 800 Volt Bordnetz möglichst viel Ladeleistung versuchen rauszuholen und die sind diese Technik ist in diesem Fahrzeug schon verbaut Polestar 5 und der lädt im Peak mit 370 kW es gibt noch nicht so richtig Daten dazu wie lange der das aufrechterhält und so da darf man sich natürlich auch nicht täuschen lassen 370 kW Peak klingt erstmal wahnsinnig toll aber was es schon gibt es gibt eine Angabe dass der mit diesem System in 5 Minuten etwa 160 km Reichweite nachlädt an bestehender Ladeinfrastruktur also eine 800 Volt Säule die das dann hergibt beziehungsweise ich habe ein paar Säulen schon gesehen wo über 350 kW dran steht das brauchst du ja dann auch aber das wird nicht mehr lange dauern dann wird das auch an mehr Ladesäulen dran stehen und ich finde das interessant ich verstehe was du sagst ist natürlich eine dumme Situation wenn du ankommst und dann ist da alles besetzt beziehungsweise ja das verdränge ich dann auch immer ganz gerne wenn da auch nur ein anderer an so einer Ladesäule steht sind das plötzlich halt nicht mehr 370 kW aber ich sage mal in einer idealen Welt wenn ich mir das vorstelle gehen wir mal davon aus der Netzausbau schreitet auch weiter voran und die Säulen werden mehr bla 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 du weißt ja was jetzt kommt für mich persönlich wäre das tatsächlich eine Alternative ich fände das okay denn ich sehe an mir selber immer wieder ich habe ja auch ab und zu mal die Situation dass ich dann merke okay Mist ich muss nach Frankfurt fahren oder nach München und das Ganze dann am besten auch in einer möglichst kurzen Zeit also nicht durchrasen aber irgendwie wenn der Unterschied ich möchte lieber um 5 losfahren als um 4 dann wäre das für mich doch eine Alternative weil selbst wenn ich es eilig habe ich in der Regel auf so einer langen Strecke mal kurz anhalte um Kaffee zu trinken ja ich hatte gerade Gedanken die ich zum Besten geben wollte jetzt ist er weg dumm schade ich hatte gesagt hier weite Strecken fahren und blöd weiß ich nicht mehr achso doch genau ich sage immer ich würde schon elektrisch fahren wollen allerdings warte ich noch aufs Elektroauto 2.0 damit spiele ich ja immer so ein bisschen weil die aktuelle Generation der Elektrofahrzeuge würde auch für mich funktionieren sage ich ganz offen aber nicht komfortabel und das ist finde ich immer ein Ding was viele Elektroenthusiasten vergessen die immer sagen es geht heute schon alles natürlich geht alles aber es ist nicht einfach eins zu eins zu komfortabel wie ein Verbrenner oder Diesel und gerade wenn du viel fährst ja es gibt auch Tesla Fahrer weiß ich die irgendwie 5 Trillionen Kilometer auf der Uhr haben und ihr Auto jeden Tag 5000 Kilometer bewegen und damit überhaupt kein Problem haben ich halt schon und das muss man mir halt auch zugestehen und das Elektroauto 2.0 von dem ich spreche hat bei gleichem Bauraum doppelt so viel Reichweite und im Idealfall kann es auch doppelt so schnell laden wie heute und ich glaube wenn wir an diesem Punkt angekommen sind dann ist alles cool dann brauchst du auch gar nicht mehr reden und wahrscheinlich wird das schon früher kommen dass wir gar nicht mehr so doll drüber reden aber schauen wir mal ich wollte das gerade fragen wie definierst du das Elektroauto 2.0 ja also das wäre es für mich tatsächlich gut elektrisch elektrisch ich kann es nicht mehr hören aber nächstes Thema wieder elektrisch Porsche elektrifiziert den 911 das haben sie ja mal vehement bestritten dass sie das jemals tun werden glaube ich du bist ja 11er Fahrer wie findest du das vollkommen legitim und natürlich auch vernünftig wie soll es denn anders laufen wir fahren ja irgendwann alle elektrisch also wollen sie den 11er dann wegschmeißen wäre ja dumm also dann ist doch hervorragend zu sagen wir fangen jetzt mit entschuldige Eckart Ohren zu halten wir fangen mit einer Hybridisierung an damit wir dann den Übergang finden bis das Ding irgendwann mal ganz elektrisch fährt also was glauben die denn also dass wir denken nee der 11er der wird nicht elektrisch Quatsch Porsche sagt im eigenen Newsroom für alle die das interessiert der Porsche Newsroom ist so ein bisschen so das Presseportal von Porsche wo immer so Pressemeldungen und so reinlaufen sagt es ist ein Performance Hybrid also ich habe so ein bisschen das Gefühl als ich die Meldung dazu gelesen habe das Auto ist noch nicht auf dem Markt das kommt jetzt dann da gibt es dann auch noch eine umfangreichere Pressemeldung mit allen Daten die sind nämlich auch alle noch nicht bekannt ich habe so das Gefühl so wie sie da im Moment das ankündigen ist ihnen ganz wichtig dass der typische 911er Kunde oder Porsche Kunde checkt hey das ist jetzt hier nicht Hybridisierung für Umweltfreundlichkeit natürlich ist es das auch weil auch Porsche weiß hey Flottenverbräucher und so sondern das ist dient der Performance und sie sagen das Auto fährt 8,7 Sekunden schneller auf der Nordschleife als der Vorgänger mit vergleichbarer Motorisierung da frage ich mich natürlich als allererstes welche Motorisierung ist die die Porsche selbst intern da damit vergleicht keine Ahnung ich gehe aber mal davon aus dass das dann wahrscheinlich so in Richtung 911 Turbo oder sowas geht weil mit so einer Hybridisierung mit der Zusatzleistung die dann da zur Verfügung steht wird das Auto bestimmt wenn der Basis 11er heute 450 PS hat wird der dann bestimmt um die 600 stehen mit so einer Performance Hybridisierung und ich glaube aber dass das dem Auto gut tut und ich kann dir auch sagen warum weil ganz viele 911er Enthusiasten so ist jedenfalls mein Eindruck wenn die so darüber am schwelgen sind so ein 11er ist ja eigentlich kein turbo aufgeladenes Auto für viele Enthusiasten und es gibt dort ein Interview mit dem Rennfahrer der diese Nordschleifenzeit gefahren ist diese 8,7 Sekunden schneller als der Vorgänger und der sagt nämlich selber im Interview er findet das besonders interessant weil sich das Auto obwohl das ja trotzdem ein turbo aufgeladener Verbrenner ist nicht mehr anfühlt wie ein Turbo sondern durch diese gleichmäßige Leistungsentwicklung die dadurch diese Hybridisierung dazu kommt sagt der das fühlt sich an wie ein Sauger wie in den GT Modellen von Porsche und deshalb könnte ich mir sogar vorstellen dass das gar nicht schlecht ankommt ja ich glaube erstmal wird es wieder das Geschrei hoch sein Elektro ihr habt doch gesagt nein aber ja ganz im Ernst Eckert bei das ist im Prinzip interessiert mich das nicht mal also Porsche finde ich super 911er finde ich super was da unter der Haube passiert ist mir aber im ersten Schritt egal weil das machen die Stuttgarter eh ordentlich ob das nun elektrisch ordentlich ist oder Verbrenner ordentlich ist mir vollkommen egal da ist es nochmal interessant wie sieht er denn aus also das finde ich viel spannender aber rundum werden die das schon ordentlich machen und ich finde Porsche hat bisher immer recht gute Lösungen gefunden auch mit dem Taycan da müssen sie jetzt nur nachlegen und die nächsten Modelle halt auch ordentlich vermarkten können und ich glaube so sehen das ja nicht mich interessieren zwar jetzt nicht die Details aber ich finde es ja ganz witzig Mercedes hat da neulich auch so ein Performance Plug-in Hybrid vorgestellt der irgendwie 13 Kilometer elektrisch fährt und du meinst den Viertürer den GT 63 und der dann irgendwie Ladeleistung 3,6 kW hat dieser alte Standard-Hybrid-Antriebsstrang quasi aus dem Mercedes-Regal wo ich mir dann auch sage aber das ist jetzt nicht so wirklich state of the art oder also verstehe ich nicht ich verstehe schon den Sinn dahinter ich verstehe die Hybridisierung und ich kann jetzt schlecht sagen bei Porsche macht das alles Sinn und bei Mercedes nicht aber wie Mercedes das umgesetzt hat verstehe ich dann halt doch nicht aber gut die haben sich halt genauso hingestellt und gesagt ja es ist ein Performance-Hybrid das ist ja geil ja ja aber aber also naja würde ich auf keinen Fall kaufen wollen aber ja das ist vielleicht mal eine Antipathie gegen Mercedes die da irgendwie eher durch aber gut Mercedes ist auch noch das nächste Thema was wir hier noch haben jetzt muss man mal einen Blick auf die Uhr ne geht noch alles gut Mercedes wendet sich wegen schwachem Umsatz von reiner E-Flotte ab 2028 ab ja Mercedes wollte ja eigentlich ja sie haben glaube ich eine Elektroplattform auch beerdigt nicht die Elektroplattform sondern eine genau die Luxus-Elektroplattform und ich finde das ganz lustig das ist so ein bisschen finde ich hört sich so ein bisschen an wie ich will abnehmen ich verzichte auf Zucker ich nehme nicht in den ersten drei Wochen zehn Kilo ab ja scheiß drauf dann kann ich auch wieder Zucker nehmen ja ja also ja ja also ich meine zu sagen unsere Produkte sind einfach schlecht haben wir ja erkannt ne sagen sie ja gar nicht sie sagen doch nicht mal unsere Produkte sind schlecht aber im Prinzip ist es das ja sie verkaufen sich schlecht sagen sie aber das Ding ist doch das warum kauft keiner die EQ-Modelle weil sie sau teuer sind und die Verarbeitung zu wünschen übrig lässt ja und nicht geil sind genau also hätten sie hätte hätte Fahrradkette weiß man immer nicht aber ich glaube tatsächlich dass BMW mit diesem Ansatz wir machen einen neuen Siebener wie willst du den fahren elektrisch Diesel oder oder petrol ist egal kannst du dir einfach bestellen deutlich besser war vor allen Dingen so wie BMW das gemacht hat klar ein bisschen mehr Gewicht als anders ein bisschen mehr Bauraum als wenn du ein eigenes Fahrzeug dafür baust aber im Prinzip ist trotzdem eine geile Karre geworden der i7 genauso wie der Siebener mit V8 den es in Amerika gibt ich finde da haben sie das haben sie cleverer gemacht und anstatt also ich finde das so Mercedes warum gibt der euch also warum sagt der hu nee da machen wir gar nicht so viel Elektrik anstatt eher zu sagen Digga wir haben ja erkannt wir haben Fehler gemacht wir versuchen es jetzt geiler hinzukriegen das wäre doch der Ansatz eigentlich aber im Prinzip für mich persönlich aber wie gesagt bin da auch immer so ein bisschen vorbelastet ist es eigentlich vom Mercedes ein Offenbarungseid ich wollte es gerade sagen das hört sich liest sich für mich auch wie so ein Eingeständnis quasi zu sagen oh shit das funktioniert so nicht was wir hier machen ja und ja ich finde es aber trotzdem nichtsdestotrotz ein dramatisches Signal eigentlich weil nicht nur Mercedes sondern auch Ford oder bisher nicht ganz Ford aber es gibt ein Interview mit dem Ford Europa-Chef Martin Sander der auch die Elektrostrategie von Ford in Europa in Frage stellt die genauso wie bei Mercedes heißt ab 2030 gibt es bei Ford keine Verbrennerautos mehr und die stellen oder er stellt diese diese Strategie und diese Agenda auch in Frage und ich finde das ist ein ganz schwieriges Signal in der aktuellen Zeit wenn sowas von Autoherstellern kommt ich verstehe warum das von Autoherstellern kommt weil eben auch politisch Signale gesendet werden dass ob denn nun die reine Elektromobilität wirklich die Zukunft ist aber ich finde es halt krass dass sich so lange getan wurde und gekämpft wurde und sich schwer getan wurde dass Hersteller wie Mercedes Ford oder wer auch immer sagt okay passt auf hey ab ja so und so bauen wir keine Verbrenner mehr und das war so ein ewiger Prozess gefühlt wo dann alle gesagt haben oh okay gut jetzt haben wir wenigstens Zahl und gefühlt so aus der Kalten nach bei winzigstem Gegenwind kommt jetzt von mehreren Seiten so ja nee war vielleicht nicht so die richtige Überlegung und ja machen wir vielleicht anders bauen vielleicht doch noch Verbrenner also wie schnell dieser Switch zurück wieder geht finde ich schwierig also man könnte jetzt natürlich mal ein bisschen böse fragen es ist ja schon interessant dass Ford eine Strategie für Europa hat gute Frage ja gutes Argument also wenn du dir mal anguckst was an den Produkten jetzt noch übrig bleibt da könnte man auch sagen ja gut die drei Autos ob er die nun hier verkauft mit Verbrenner oder Elektro ist eigentlich auch vollkommen egal zumal Ford ja jetzt sich jetzt auch nicht damit rühmen kann so die erfolgreichsten im Elektrosektor zu sein und das ist halt auch so ein Ding wenn du jetzt heute die Stimmen hörst die zurückrudern was ich ich sehe das genauso wie du absolut falsches Signal total schwierig und selbst wenn du jetzt hier zuhörst und sagst du Digga ich will auch keinen Elektroscheiß haben ich will beim Verbrenner bleiben das ist ja alles gut aber du dir machen es jetzt gerade Hoffnung dass es mal irgendwie anders wird es wird aber nicht anders werden es wird genau so kommen und wir hatten das Thema oder haben das jetzt immer mal wieder mit irgendwelchen Ansprechpartnern ganz unterschiedlichen und die dann sagen ja das wird kommen also egal wer jetzt was macht wir hatten das neulich schon mal das Thema die Populisten gewinnen jetzt die Europawahl europaweit irgendwie nur noch Populisten an der Macht und die sagen jetzt natürlich kein Verbrenner aus bis die überhaupt da sind die Gremien alle besetzt haben neu das Gremium einberufen haben und dann sagen hier das ist ja wir leben ja in der Demokratie das ist ja keine Autokratie oder 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 wie nennt man das in China wo die da einfach egal sondern es ist trotzdem noch demokratisch bei uns und da müssen Gremien besetzt werden und so weiter und so fort und Euro 7 kommt nächstes Jahr bumms aus und wenn jetzt okay wir haben Europawahl und die drehen das alles ich glaube die brauchen zwei Jahre um überhaupt zum Beschluss fassen zu können dass sie es aufheben wollen bis dahin haben aber die Hersteller schon richtig fett Strafe gezahlt das werden die nicht machen das werden die nicht riskieren das sind Wirtschaftsunternehmen die hören ja nicht auf irgendwelches Geschrobel sondern die gucken auf ihre Zahlen und darum wird es einfach weiterlaufen und du kannst den Karren ja jetzt auch nicht ich meine klar man kann immer sagen ja guck mal auf VW wie viele Plattformen haben die denn elektrische guck mal auf Stellantis wie viele Plattformen haben die denn also Stellantis finde ich ist da noch noch eher am Committen halt auch wenn die jetzt natürlich auch Hybride immer noch mit anführen aber das ist ja okay wir sind in der Übergangsphase richtig du musst bloß in die richtige Richtung rennen und die richtige Richtung wird nicht sein uh wir machen hier E-Fuels und damit ist alles geregelt und das ist halt auch wer sagt das neulich zu mir fand ich auch sehr lustig ähm E-Fuels ist immer so das bringen die Leute vor aber keiner kann erklären wie so große äh Mengen E-Fuel produziert werden und wo und wann und wie richtig alles was da bisher steht sind irgendwie Prototypanlagen ja und das geht ja also wir wollen gar nicht absprechen also weder Eckart noch ich sage ich mal dass es technisch möglich ist aber während ja viele Elektro-Hasser oder Elektro-Kritiker sagen wo soll denn der ganze Strom herkommen ja dem möchte ich sagen wo soll denn der ganze Strom fürs E-Fuel herkommen du brauchst ja genauso viel Strom um E-Fuel zu produzieren den kannst du auch gleich verfahren mit dem Elektroauto und das ist dann dieser Wirkungsgrad den ich ja sonst auch immer so scheiße finde egal wie der der Wirkungsgrad ist aber wenn es darum geht Ressourcen einzusetzen in diesem Fall Ressource Strom dann gehst du mit E-Fuels einen Umweg wo du zu hohe Verluste hast und wenn du anzweifelst dass Elektroautos mit Strom fahren können dann möchte ich gerne wissen wie denn der der E-Fuel erzeugt werden soll ich fand das schön du hast neulich mal erzählt dass das Thema E-Fuels du kannst dich erinnern aus der Anfangszeit deiner Karriere hier zum Thema YouTube da warst du mal ich glaube es war mit Audi unterwegs und ich erinnere mich auch noch das ist so etwas über 10 Jahre her das habe ich so in der Presse so ein bisschen mitbekommen die haben so ein so ein Info-Ding gemacht und ein paar Journalisten unter anderem dir gezeigt was sie da vorhaben was sie machen und das ist jetzt 10 oder sogar schon 12 Jahre oder sowas her und du hast neulich mal zu mir gesagt ja wenn das der Shit wäre wenn das wie Steve Jobs immer gerne gesagt hat the next big thing oder one more thing ist wo ist es dann warum hat sich dann jeder drauf gestürzt warum wurden da nicht Milliarden investiert weil das das Ding ist was den Verbrenner rettet scheint es ja nicht zu sein ja Punkt sonst hätten wir es genau so ist es und klar kann alles sein also ich hatte neulich bei LinkedIn irgendwie nicht ganz so schöne Erfahrung da habe ich halt auch geschrieben genau das hier was wir gerade hatten die beiden Themen dass ich so genervt bin jetzt dass irgendwelche Leute zurückrudern also populistische Äußerungen so Elektro stellen wir wieder in Frage dass mich das einfach nur noch nervt weil die 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 Leute wissen doch eh schon nicht was sie machen sollen wir sind ja teilweise schon hilflos wie es weiter geht ne als Fachjournalisten quasi wie soll denn der arme Michel damit klarkommen wenn es immer Hü und Hott und Hü und Hott ist und dass mich das nerven würde und dann habe ich geschrieben es ist doch ganz klar dass die CO2 Ziele die mit Euro 7 erreicht werden müssen eigentlich nur mit Elektroautos erreicht werden können damit Elektrifizierung und da habe ich einen sehr bösen Kommentar bekommen von ich meine er ist Pressesprecher bei Orange Gas also das ist hier so ein so ein CNG Anbieter dass er das schwierig findet dass ich sowas schreibe weil es Bullshit wäre und das würde nicht stimmen und somit würde man nicht eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben und da war ich war ich sehr betroffen weil ich diese Person auch schätze eigentlich und denke dann aber auch ich habe als ich den Bulli gekauft habe ne den den T5 den ich habe T5 zwar den Erdgas Bulli den habe ich gekauft weil ich das Thema Erdgas oder CNG richtig spannend fand gerade das das Biogas Thema davon Stroh und Tank ist da der Hashtag der wirklich spannend ist weil du dafür keine Futterflächen beseitigst sondern die nehmen quasi von der Futterindustrie nur die Reste nämlich das Stroh und erzeugen davon E-Gas wenn man so will also sehr vereinfacht gesprochen und das hat mich total gekickt und ich habe gesagt genau das ist plus dann noch mal die Transferleistung du kannst heutige Verbrenner umbauen genau ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach wegen den Tanks dabei und so aber das würde alles gehen du hast ein Erdgas Netz ist vorhanden da speist du das Zeug ein da wo du es erzeugst und die Tankstelle kriegt halt so ein Erdgas Ding und dann kannst du da tanken also es ist mega geil und dann habe ich irgendwann angefragt es gibt auch so einen Interessenverband in München so einen CNG Club die habe ich auch kennengelernt bla 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 und habe dann gesagt ich würde das Thema gerne für euch publik also groß machen mit meinem YouTube also groß im Rahmen meiner Möglichkeiten mit dem YouTube aber halt berichten genau allerdings bräuchte ich dafür halt Geld weil wissen wir ja auch du kriegst ja keine Werbeschaltung als YouTuber also musst du irgendwie Produktionskostenzuschüsse haben irgendwie muss gefördert werden ich kann jetzt keinen Kameramann buchen für eine Woche um da geilen Shit zu machen und dann ja läuft das nicht so also das ist nicht mein Geschick was da nach vorne geht sondern ich kann ihnen nur meine Plattform anbieten brauche aber Geld um es umzusetzen und der Club hat dann quasi versucht Geld einzuwerben bei den Industriepartnern und da war dann quasi so die die was mir zurückgespielt worden ist das ging ja alles über mehrere Ecken ich kann ja auch nur so aus meiner Perspektive das sagen aber da war quasi der Tenor CNG für Privatanwender schockt nicht interessiert uns nicht mehr wir wollen nur noch LNG machen also Gas für für LKWs weil das ist der relevante Markt ja beziehungsweise LNG gibt es ja auch auch für für PKW aber ist halt nicht so umweltfreundlich wie CNG ja und da habe ich dann gedacht okay alles okay aber dann habt ihr mir doch jetzt auch gerade zurückgespielt ich wollte ja jetzt hier nicht Hunderttausende von Euros haben sondern ich wollte einfach nur ein Budget haben es gibt nicht mal ein Pfennig Budget dafür also könnt ihr es ja so ernst nicht meinen und jetzt wo das Thema Elektro vorgeprügelt worden ist von der von der Politik auch da müssen wir auch nicht schön reden aber dann zu kommen und zu sagen ja Moment rein technisch wäre es natürlich auch möglich das mit E-Gas zu erreichen die Klimaziele natürlich natürlich geht das das will ich überhaupt nicht in Frage stellen dass das geht aber wer erzeugt das E-Gas wann wird das erzeugt wie wird das jetzt alles umgebaut und wir sind doch jetzt schon beim Thema Elektro relativ weit wenn du dir die ganzen Lademöglichkeiten anguckst die Ladeparks die entstehen wir haben Autos die das machen können das macht ja auch Sinn ein Elektroauto macht in so vielen Sachen Sinn ich fahre trotzdem gerne hier meinen V8 oder meinen Sechszylinder Boxer oder so trotzdem Elektro macht Sinn weniger Teile die kaputt gehen können wartungsfreier im Grunde dann irgendwann später auch wirklich preiswerter zu bringen als ein Verbrenner oder Diesel die Pannenstatistik das spielt ja da alles mit rein halt absolut ja von daher das dann wieder so in Frage zu stellen weil das natürlich noch irgendwelche anderen Lösungen gibt die will ich ja gar nicht absprechen und ich will auch nicht sagen dass die nicht gut funktionieren aber wir sind jetzt nun mal einen Weg gegangen gerade Erdgas hat ja eine ganz lange Zeit wo die noch mit gefördert worden sind wo sie mal richtig hätten auf die Kacke hauen können ich weiß noch wie Sert mich eingeladen hat sie sind jetzt im VW-Konzern die großen Erdgasmacher ist ja auch nichts mehr gekommen ja ja genau Skoda kam ja auch dazu nie wieder was gehört ja ein paar Autos gab es die hat man auch gerne gekauft und die sind auch gut gelaufen und die Leute die den heute noch haben sind auch glaube ich wirklich happy aber ja weiß ich nicht die 10G Tankmöglichkeiten nehmen ab ja aber das ist halt auch wieder so wenn du was in deiner Nähe hast geht es halt auch also gehen tut es alles aber es sind halt auch das ist auch das Ding als ich das erste Mal diesen Workshop diesen CMG Workshop mitgemacht hat da hieß es auch wir haben jetzt so und so viele Erdgas Tankstellen und es werden mehr und dann das Jahr später gab es dann den gleichen Workshop und dann war die Zahl aber plötzlich kleiner geworden ja und dann kannst du ja auch schlecht das als Zukunftsthema verkaufen wenn diese 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 Speziallösung halt auch auch rückläufig ist eher als nach vorne geht ne ja gut ja absolut aber lange 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 Schlussrede quasi ne aber trotzdem das Fazit wie immer wir sind Technologie offen seit Technologie offen wir sind doch alle hier zusammen weil wir das Thema Mobilität genießen und nicht nur um es von A nach B um uns von A nach B zu bewegen genau und dann vielleicht noch ganz kurz der Hinweis im Beschreibungstext dieser Folge findet ihr einmal einen Link zu unserer Community könnt ihr mit uns diskutieren über diese Inhalte dieser Folge und wenn ihr das nicht wollt könnt ihr uns unter der 017 0 9 2 0 0 7 1 4 steht auch im Beschreibungstext auch eine WhatsApp Nachricht schicken so sieht's aus vielen Dank für den Hinweis dann verabschieden ja ich sage tschüss bis dann euer Eckhard euer Jan